mein gott ist hier laura da gerade was ganz anderes noch mehr laura siehst du das ja auch ich sehe ein loch und dann ja keine ahnung was dahinter ist wasser das mit dungeon wir haben unseren ersten dungeon leute jetzt geht's ab jetzt geht's ab jetzt ist party time und cool sagt jetzt mit eingang so richtig das hatte ich davor nie dass so ein richtig eingang da war sind so ganz viele eingänge eigenes so muss es ja anfangen gleich nach ist sogar und was haben wir hier hallo hallo lapis luci wales bisschen kohle kiste brauchen wir die brauchen die welt erst mal ist das wäre ja nur aha noch eine truhe mann 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 es geht ja schon gut ab hier ja ich würde mich interessieren ob es hier schon in dungeons die bosse gibt ich habe nämlich noch keine gefunden es sollte aber davon eigentlich die rede sein dass in dungeon bosse existieren ja eigentlich in diesem patch auch schon aber ich weiß es nicht ist auch noch nichts gesehen aber wenn weiß es vielleicht jemand kann es ja schreiben bitte kommentar schreiben und liken ja ich muss es immer wieder bringen aber cool das war so ein rissiger eingang eigenes das hat es noch nie also es hat bis jetzt nur im dungeon wo dann so so ganz viel besser waren was denn hier los wieder brot ok er oder brot und so aber ja stimmt ich hatte so viele sachen auf dem server bin dann einfach kopiert das ist bitter ja es hat meinen eigenen server und nein ihr bekommt die ip ist außerdem schreibt mir eine pm pass auf die schreiben jetzt wirklich eine pm ja und sollen sie doch ok leute schreibt bitte allen jaco xlp eine pm ich verlinke den channel natürlich hier mein video ne ja natürlich ja gönnt mir mal ne freude ähm was ist das denn hier das sieht ja voll boss mäßig aus ne oder so schleim warte mal geht da noch nicht lang ich frage mich echt wie die boss überhaupt aussehen ich bin voll neugierig darauf ja ich habe eben gehört so ein riesen zombie spawnen auch vielleicht ist das so ein riesen zombie ne die spawnen glaube ich so draußen ganz normal ja aber vielleicht ist auch dann einer da drinne so ne ne es gibt extra boss monster ja aber es war bei ähm ja wie nennt man das nicht wikipedia sondern minecraftpedia ja minecraft wiki oder minecraft wiki und auf jeden fall war da nix so von anderen monstern nur enterman ja das bei dem äh unter der kategorie der dungeon stand ist da halt dass es da bossgegner geben soll ja vielleicht sind die bossgegner auch einfach nur mit mehr live gegner es wäre schon billig ja aber einfach ne aber zumutbar mhm lol was geht jetzt hier ab was geht denn da ab ähm keine ahnung hab grad mal ein bisschen gefabelt so probier weiter eisen ab würdest du eigentlich die schienen nicht mitnehmen mhm nee noch nicht ich kann dann auch immer später noch hier runter gehen und die schienen aufsammeln ich nehme mal die fackeln mit ey ja ich gehe mal um ich gehe da nur mit ein schwert rein und ein paar steaks und dann komme ich da mit so ein paar tausend sachen wieder raus ist es eigentlich ähm für dich hält genug ja ok gut ah cool auch wieder in der fackel weil in den videos ist das recht dunkler bei mir was sehr nervig ist das verstehe ich auch immer noch nicht boah jetzt hab ich irgendwie gar nix so warte mal ob ich jetzt weg ist 5 ok sieht ja grad teilweise komisch aus ey was geht da ab ey das ist grad irgendwie voll interessant der Dungeon joa es gibt aber noch zwei andere Dungeon ne wie andere Dungeon ja das ist ja der oh das ist ja der Dungeon verlassene Mine dann gibt's ne Dungeon ähm alte Festung dann gibt's ne Dungeon Ruine so wie druck ja wie kann man die unterschiede kennen ja das so falls sie verlassene mine ist ja hier ja sieht aus wie eine mine halten das sieht immer aus wie eine mine finde ich nein aber zum beispiel bei verlassenen fest und kam aus borna da kommen nur so kack spinnen aus der vergiftet was für eine spinne es war so eine starke die macht sich jetzt platt bist du hast ja warten wir mal kurz leute als du mir jetzt ist es gewesen dass sie so stark waren es war noch nie vergiftet eigenes ich auch nicht und dann wird gerade aber die sah irgendwie anders aus dieser text und pack oder ne das sind ja klar das weiß aber die sah anders aus als meine spinnen aus zuvor also hier haben also alles halt die andere ja aber diesen autark ist bonner also dass du auch wirklich dieselbe spiel aber diesmal anders aus die wir die man die mann im grün ein bisschen ja ja und diese ist jetzt die war vollkommen schwarz die ist mir aufgefallen gerade ja und und diese ganzen spinnen dies eigentlich kannte die waren grünen das sind dann die normalen jeder vergiftet egal ich glaube hier geht die action ab ja ich bin gerade sehr in konzentration es muss hier so eine mucke einbauen die du nicht einbauen darfst weil das alles gemma geschützt ist ja die bari musik am besten immer schnell bauen schnell schnell sie nimmst nicht spitzhack das ist egal dass er weder stein noch metall also ist noch wieder stein noch irgendwas noch holz oder so ich habe mit ein herriger ging das fertig ja so kaputt sind weg na ja und er wird diese spinnteile netze gehen mit links weg hier schwer dann am besten ja voll aber dann gefällt mir hier aber ich habe angst wie sie rauskommen wahrscheinlich muss wieder meine alte jahre benutzen ja 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 muss meine alte taktik in dem ich mir ist ja auch hoch habe ich habe auf jeden fall gelernt man darf niemals nur einen einzigen block nach oben gehen wenn dein gravel auf dich runterkommt bist du sowas von tod ja ok dann ist dann ein nice fail ja das hatte ich auch schon oh so was haben wir mit high speed ja ja nee gar nichts ah adleraugen adleraugen ja meine adleraugen das ist gold roger ja ja vielleicht ist das auch hier irgendwo das one piece eher wie vielleicht aber ich denke um das zu finden musst du auf das weite mehr hinaus ja new world new world da geht es nur machen wir hier mal list musst du erstmal anders machen ich ein hauptquartier vorbei leute es wird hier langsam crank das ist die ganzen themen ah kohle brauchen wir noch nicht so richtig ja bei langweilig geht man noch mal kurz nach ellis lobby ja jacko ist ein one piece freak bin ich aber auch aber nicht wie jacko jacko kann schon one piece besser als es ja behaupte ich jetzt einfach mal naruto eigenes nicht mal so viel eigentlich gar nicht mehr auch schon zweimal durchgesehen jibuten ja soweit man durchziehen kann ne ja also hier nix so mit manga lesen ja obwohl wir uns schon dreckiges gespoilert haben wir können jetzt tausend spoiler nennen ich weiß sowieso schon die halbe welt obwohl ne eigentlich ey mir ist es mir ja gar nicht aufgefallen ich bin an dem punkt wo ich nicht mehr weiß wie es ah doch doch klar ja mit ich weiß dann naruto und so ne ich hatte das gerade alles vergessen lol ach schon wieder kommt dieses dreckige lol es kommt immer heraus komisch von mir grad nicht ich wundere mich selber ja wir können sagen roffel ne das ist echt ne das ist ne ne spur zu hart da kann man gleich sagen roffelcopter roffelcopter omg obwohl omg ist noch ok also wer so roffel oder sowas in seinem leben sagt er hätte auch schon heftig gelitten ey roffel roffel alle haben schon das vorrede wie das klingt ich benutze das noch nicht mal beim chatten ey weil das einfach behindert aussieht ich benutze statt roffel omg ich benutze statt roffel omg das mag omg oh my god oder oder sag ich so einfach ne ah cool ein bisschen eisen das mag ich auch nicht äh ich schreibe immer xd obwohl ich gar nicht lache ey aha wieder ein neuen dungeonpart oah spinne wuhuhu wuhuhu wuhu oh my god ein monster spawner Nein! Wir sind wieder! So, es wird dir auch mal eingefallen und baue es mir da. Aber ich glaube, dass die dabei ist schneller. Ähm... Oh mein Gott! Ja, das war schon so richtig so... Haha. Ach du Scheiße. Zum Glück hast du keinen Hunger. Ja, zum Glück ey. Jetzt einfach abwarten und heilen. Wie gesagt, mit fallen nur.